Hey, wir sind's. Anleger. Ganz normale Sparer. Einfach Menschen wie du und ich, denen gute Zukunft steuern. Und wie hoch ist jeder Zinsatz? Zinsen. Das gibt's doch gar nicht mehr. Okay, und was machen wir denn mit unserer Kohle? An den Kapitalmärkten investieren. Investieren? Sorry, Alter, klingt voll nach grauen Anzügen. Und wichtige Getue. Sehen wir so aus? Investieren! Das klingt nach jeder Spiel für sich! Lina, los, gib ab! Mann, Papa, grad jetzt geht's doch um vier! Yes! Och, Lina! Und wir haben nur noch ein paar Fragen. Blau? Natürlich rot, wenn's um mein Geld geht. Ja, dann hat unser Geld nicht auch Verantwortung? Für unsere Ella. Na, Sonnenschein? Sonnenschein, Wasser, Luft. Wie gehen wir mit unserer Welt rum? Und wie miteinander? Hey! Und wie gestalten wir Digitalisierung so, dass sie für uns alle Zukunft schafft? Und an dieser Zukunft kann ich mich schon jetzt beteiligen? Mit meinem Geld? Okay. Und das macht jetzt alles wirklich einen Sinn? Und wenn ja? Sind wir dann nicht eher... Sinvestoren? Ja, Sinvestieren ist das neue Investieren. Wir alle wünschen uns eine lebenswerte Zukunft. Und unsere vielfältigen Anlagestrategien zahlen sich aus. Für Sie, die Gesellschaft und die Generation von morgen. Deka Investments. Ähm... Deka Sinvestments.